Frau Hecker, warum bildet das Unternehmen Deppenbrock aus? Ja, wir sind ja ein mittelständisches Bauunternehmen und wir sind darauf angewiesen, auch morgen noch gute Fachkräfte zu haben, Führungskräfte im Unternehmen zu haben. Der Fachkräftemangel ist ja in aller Munde und wir wollen einfach durch Ausbildung dem entgegenwirken und uns vorbereiten für die Zukunft. Welchen Stellenwert hat die Ausbildung bei Ihnen? Die Ausbildung hat einen sehr großen Stellenwert bei uns im Unternehmen. Uns ist es eben wichtig, auch morgen die guten Fachkräfte zu haben, die Führungskräfte und wir möchten den jungen Leuten einfach eine Chance bieten, bei uns im Unternehmen sich vorzubereiten, auch auf ihre eigene Zukunft. In welchen Berufen bildet Deppenbrock aus? Wir bilden überwiegend im gewerblichen Bereich aus, das heißt wir bilden Betonbauer, Stahlbetonbauer aus, aber auch ganz viele Straßenbauer. Im kaufmännisch-technischen Bereich bilden wir Industriekaufleute aus, Bauzeichner und technische Systemplaner. Wie geht es nach der Ausbildung weiter? Nach der Ausbildung sind die Möglichkeiten sehr vielfältig. Man kann eben die Fachkarriere bei uns im Unternehmen anstreben. Wir bilden ja für den eigenen Bedarf aus, das heißt die Jugendlichen, die die Ausbildung bei uns gut bestehen, die können auch damit rechnen, übernommen zu werden. Dann gibt es unser unternehmensinternes Weiterbildungsprogramm Deppenbrock Campus oder jemand entschließt sich vielleicht noch zu einem Studium und kann dann auch parallel bei uns im Unternehmen arbeiten.